Am Fastnachtsonntag, den 26. Februar, fand im Sinne des Karnevals in der Rammsteiner St. Nikolauskirche der alljährliche jährische Gottesdienst statt. Mit den Aktiven des Karnevalsvereins Bruchkatze wurde, wie Pfarrer Spieß auch befürwortete, eine langjährige Tradition fortgesetzt und ein kreativer gemeinsamer Gottesdienst gestaltet. Mit unter anderem einem wunderschönen Solo-Gesang, Präsident Jürgen sowie Prinzessin Sarah I. und natürlich dem näherischen Clown, der versuchte mit seinem Handy vergebens Kontakt mit Gott aufzubauen, doch Pfarrer Spieß brachte ihn auf den richtigen Weg, es doch mal mit dem Herzen zu probieren. Für die Gestaltung dieses besonderen Gottesdienstes gab es von den zahlreichen Besuchern natürlich auch den verdienten Applaus. Dass Kirche und Karneval miteinander verbunden sein können, wurde mit diesem außergewöhnlichen Gottesdienst auf eine besondere Art und Weise gezeigt. Nach dem Kirchenbesuch ging es nach einem Mittagessen und einer kurzen Pause direkt näherisch weiter zur Kinderfasennacht ins Haus des Bürgers. Hierzu folgt natürlich auch noch ein schöner Beitrag. Freut euch, bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017